Und man muss sich immer mit sich selbst vergleichen. Das stimmt. Solange man ein bisschen besser ist als am Tag zuvor, ist es gut. In was ist egal. Hauptsache irgendwo eine kleine Verbesserung. Und jetzt zum Abfluss machen wir noch schön bis zur 300, hätte ich gesagt. Wir reden da immer sehr viel dabei. Deswegen, es wird dauern. Deswegen, let's go. Hier, Halo Wars, oder? Weiß ich nicht. Das sieht so nach Halo aus und Halo Wars hat jetzt einen Basenbau. Ich hab nie Halo Wars gespielt oder gesehen. Also doch gesehen, ein paar Mal. Weißt du, dass die Rocket Beans das gern gespielt haben? Ich hab das... Hier hätte ich sogar eher StarCraft gesagt. Ich spiele ich heute noch jeden Tag. Nein. Was ist das für ein Rating? 82, das ist gut. Guck mal. Geht schon direkt gut los. Halo Night? Nee. Das ist übrigens ein saugutes Lied gerade. Das sieht irgendwie... Irgendwas... Ich sag einfach Halo Night. Keine Ahnung. Halo Night steht auch noch auf meiner Liste, ey. Ehm. Okay. Drei Köpfe mit leuchtenden Augen. Das ist ein Mundzahn. Drei Köpfe mit leuchtenden Augen. Und Playstation 1, Ere N64, maybe. Conquer? Na, das ist nicht Conquer. Hm. Das hätten so ein bisschen... Was ist... Das ist... Ja, das ist Bad for Day, oder? PC. Ähm. Das ist so ein bisschen Guild Wars Feeling gerade. Aber was ist das denn? Das sagt mir überhaupt nichts. Aber das sieht aus, als hätte ich das schon mal gesehen. An irgendein Anime erinnert mich das aber. Deswegen... Anime Game? Devil May Cry. Hm. Dann wäre PC nicht. Hm. Alien Isolation. Hat man das nicht schon... Keine Ahnung. Action. Das hat so Nintendo-Flair irgendwie. Das ist eine Hand. Mit drei Fingern. Da fehlt der kleine Finger hier. Das ist der Daumen. Da Mittelfinger, Zeigefinger. Dieses Kreuz. Das ist eine Tür, oder? Könnte DMC sein. Ah, ah. Nicht wegen Release-Plattform-PC. Wenn, dann wäre es ein neueres und dann wäre es auch für Konsolen parallel gewesen. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist so Prisma-Stuff. Action. Vielleicht habt ihr von letztens gehört. War so ein random YouTube-Video. So ein Did you know random facts about gaming? Und da war das dabei. Dieses Kreuz. So gezwirbelt. Wer ist denn? Na Helix. Das Ding sieht aus, als würde ich es kennen. Ich weiß aber nicht, an was es mich erinnert. Ah, das ärgert mich gerade richtig. Das Ding. Damn it. Ja, komm mal. Da will ich mal cry. Komm, probieren wir es einfach mal. Da will ich mal cry. Was gibt es denn für welche? Ja, das waren alles Playstations. Die Neuen können es nicht sein. Was gibt es denn in dem Stil? Ich glaube, das Inferno-Gaps. Das sieht doch besser aus. Bin ich aufs Release-Year gespannt. Das ist irgendein frühes Game. Das ist maximal 2005, sag ich. Wobei PC-Spiele früher ja deutlich schlechter aussahen als Konsole. Bis so 2008 rum, würde ich sagen. Und dann war so, sind PC-Games auf einmal richtig hübsch geworden. So 2005 bis 2008 war so der Turning Point. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber da sind auch Sachen drin. Ich skippe aber, ich habe keine Ahnung. Never mind. What? Okay, das ist ein Indie-Game. Winter. Ich kenne das irgendwoher. Ich weiß nur nicht, woher. Was ist das? Overlord. Keine Ahnung, ich sage jetzt Overlord. Oh Gott. Developer Soros. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, das sind alle Bilder. Letztes Jahr. Und ich habe gesagt, dieses Ding kommt mir so bekannt vor. Und ich habe das Gefühl, dass ich es hier schon erkennen müsste eigentlich. Während mir das nichts sagt. Das Ding kommt mir irgendwie bekannt vor. Das sagt mir nichts. Da ist das Ding nochmal. Und du bist in der Hand. Warum bist du in der Hand? Ist es Hand of Fate 2? Das kam früher. Gibt es ein drittes? Hand of Fate. Hand of Fate 2. Hyperdemon. Okay, never mind. Ich habe keine Ahnung, was Hyperdemon ist. Das, ne. Nope. Das ist ein Heli. Damit sind alle Ideen später schon weg. Hubslauber. Das ist ein Tomb Raider. Ist das ein Tomb Raider? Oder, nicht mehr, sage ich es euch schon. Gears of War. Gears of War 2. Oh Gott, ne. Du bist irgendwie so ein... Was ist denn die Village? Ich sage Village. Ach. Harvest Moon. Ne, ist es nicht. Okay. Xbox 360. Ah, da kannst du wirklich ein Gears of War sein, oder? Sag mal 3. Gears of War 3. Ne, ist es auch nicht. Oh, ist das nicht... Doch, das ist doch Gears of War. Das ist das Logo. Das ist Gears of War 4. Gears of War 4. Das ist Gears of War. Es ist 2006. Das ist nur Gears of War. Ach, Mann. Ja, in dem Logo hätte ich es sogar auch erkannt. Wie kommst du von da auf Gears of War schon? Lateback. Lateback. Das sah mir zu gut aus. Oh. Wenn du ein bisschen steinernd wärst, hätte ich Geld aus 2 gesagt. Der Typ aus dem Cliffside Fractal. Gears of War. Mh... Ist es... Ach, wie... Ach so. Head of War. Ach, ne. If. Ne. Mh... Handketten... 88. Da ist ein Schiff, ne. Das ist Dantas Inferno. Was ist das denn? Neo. Neo. Was ist Neo? Ja, daran hätte ich es jetzt erkannt. Ich habe Neo nicht gespielt. Ist das nur für die PS4? Immer noch? Also generell? Ist das immer noch Playstation Exclusive? Eins oder zwei? Eins oder zwei? Das ist so schäbig. Das ist eins. Mh! Yes! Ich kenne meine Portale doch. Äh... Die gute GLaDOS. Äh... Scheiße, wie hieß sie? Jill? Ne. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Mag Handportal einfach. Shell. Ja, fast. Die gute Shell. Wow. Low Texture Sky. Oh, ähm... In welchem Spiel gibt es einen hässlichen Himmel? Oh, warte. Ich weiß eins. Ähm... Heavy Rain. Schade. Das kann immer noch Heavy Rain sein. Das ist auf einem Schiff. God of War. Nein. Das ist sicher nicht God of War, aber nice try, Blackie. Versuch's doch nochmal. Ähm... Auf einem Schiff. Das einzige Schiffsspiel ist Metal Gear 2. Das erste Mal sah da aus wie diese wichtige Szene aus FFX6. Ähm... Ja, wird zu neu. Ja. Moon Base Alpha. Ne. PC, PS3, Xbox 360. Oh, dafür sieht's halbwegs gut aus. Außer der Himmel. Guter... Battlefield 3. Ich weiß halt, dass das... Ich hab's jetzt durch die Konsolen und mein Kniekscheiße. Ach, der Shooter. 2011. Das hätte mir alles nichts geholfen. Ich hätt auch nicht mehr mehr Dice gewusst. Es ist schlimm. Ist eine Last, so gut zu sein. Ich sag's euch. ist das Bastion. Es ist das Bastion. Äh, nein. Wir haben einen Transistor-Soundtrack. Das ist der Vorgänger dazu. Doch, klar, der Curse. Ja. Ja, das ist das Tonicum-Ding. Das ist die Bastion selbst. Da wurde noch kein Gebäude platziert. Das ist in den Leveln. Oh, das ist aber... Sonderlevel. Ich sag nix. Ah, ah, ah. Ah, Gott. So, ein gutes Game. Da, Supergiant Games. Dieselben Macher wie Hades. Das kriegt ihr für ein paar Euro in einem Sale. Holt euch das. Absolute Empfehlung. Und wenn es 10 Cent mehr mit Soundtrack kostet, holt euch den auch noch direkt. Ach, ey. Versucht gerade über den Hintergrund drauf zu kommen. Er selber sagt mir nix. Ähm... GTA 4 hatten wir schon, ne? Für Drei ist es zu hübsch. Das ist Heavy Rain? Heavy Rain. Ich hab keine Ahnung mehr von Heavy Rain. Das ist irgend so ein Kack, ne? Was gibt's denn da noch? Lowrider. Supergiant Games? Supergiant Games. Also die Wiesen. Es muss San Andreas sein. Hat nur GTA San Andreas nicht schon? Ne. Es ist Saints Row. Oh, oh Gott, welches? Oh, ich hab keins gespielt. Oh. Es ist Saints Row. Was ist der dritte nicht so krass beliebt? Get Out of Hell ist ein DLC gewesen? Das ist 3rd. Nein? Nein, das ist Saints Row 2. Saints Row 2. Nicht? Ist das Saints Row 1? Immer nur Saints Row? Das ist einfach der erste Teil. Ich will, dass Franchise zählt. Ich hab's legit an diesem Menü-Quabi erkannt. Weil die immer so ein Schnörkel-Quam haben. Oh, das ist schon mal ein spannendes Setting. Weiß ich nicht. Alone in the Forest. Alone in the Dark 2, maybe. Nö. Okay. Komischer Robot Bug oder so. Und du bist wahrscheinlich der da? Es hat einen coolen Art-Style. Aber was ist es? High Robot Super Robot Wars Robot Invasion Super Robot Pinball Super Robo Spirits PS4 Das sieht eher nach Katamari aus jetzt. Irgendwie knuffig. Aber irgendwie sieht es doch dumm aus. Wahrscheinlich bist du deswegen knuffig. Na egal, wir können das Have a Nice Death sein. Nee, jetzt nicht mehr. So ein Little Nightmares Vibe. Das ist spannend. PS4, I don't know. Das ist irgendwie nach Katamari aussieht. Touch my Katamari. Creation. Toll. Fliegende Insel. Da wohnst du und da gehst du knacken. Damit es schön runterzupft. Hm. Irgendjemand haben wir das schon mal gesehen? Wir brauchen wirklich Winter immer dazu. Wobei, wir kennen ja nicht alle Indie-Spiele. Wir kennen ja nur die ganzen Horror-Games. Ach man, wieder irgend so. Ist das Kunst oder kann das weggehen? Kann die alle nicht auseinanderhalten? Ja, es gibt schon sehr große grafische Übereinstimmungen. Da gebe ich dir recht. Da steht irgendwas. Da Dreams. Gibt es nicht Dreams? Haben wir das Wasserzeichen nicht weggemacht? Wir haben das Wasserzeichen nicht weggemacht. Dreams Early Access. Gewonnen ist gewonnen. Der Sieger schreibt die Geschichte und nachher fliegt keiner mehr. Das ist ein legites Wasserzeichen noch. Ich habe davon gehört. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Und es ist ein wirklich irgendein Arzi-Farzi-Game. Oder einfach nur ein Drogentrip. Das kann natürlich auch wieder sein. Oh Gott, was ist das denn? Ugly Link? In the Raver Party? Nee. Warte mal, das sieht an einem Sport-Game aus. Ist das irgendein Dodgeball-Shit? Dodgeball. Super Dodgeball-Brawlers. Nee. Ist das Just Dance? Oh, welches denn? Just Dance. Ja. Ja. Ähm. 18. Xbox 360. Ist das Kinect Dance? Kinect Dance? Kinect Kinect? Just Dance? Nee. Oh Gott. Ist das so ein Kinect-Scheiß? Boomball 3 vor Kinect. Dragon Ball Z vor Kinect. Kinect Sports? Nee. Rhythm Fitness. Wenn du nicht weißt, welches Versuch Teil 1. So, und dort hat ein Avatar-Fangame drin gemacht, das voll viral gegangen ist. Ach, das ganze Spiel ist ein Game Creator. Ah. Okay, okay. Rhythm Fitness. Auf der 360. Oh mein Gott. Funky Beats. Scheide. Ich würde aber irgendwas mit Funky im Namen haben. Funk of Titans. Hier, Funky Baron. I don't know. Choose a song, Rihanna. Singstar? Nee, Singstar vor Playstation. 2010, ne? Dann Just Dance 2010, so. Äh. Oh nein. Oh nein. Dann ist es Just Dance 3. Ah. Ist das... Na, aber in 2010, da gab es doch schon mehr. Warum gibt es kein normales Just Dance? Okay, hier doch. Dance Central. Fickt euch. Was soll denn das? Der hätte noch nie von gehört. Ähm. Ja, das ist doch eindeutig, äh, ein Heavy Rain, äh, ein Büro. Oh, da ist kein Heavy Rain. Was ist das? Ich bin interessiert, Metacritus Go 80 ist nicht zu schlecht. Ne, nicht Detroit. Nein, das ist nicht Detroit. Ähm. Was ist das für ein Spiel? Ähm. Ja, wie heißen die denn? Dead Island. How the strategy? I don't know. Na, probieren wir mal Dead Island. Not bad. Not bad. Aber Dead Island ist ein Zombie-Game. Bendy Holiday Resort. Ja, ja, da, da, da wäre es dann gewesen. Spannend. Das ist, das ist eine Flasche um eine Hand. Ich dachte, da steht eine groß hässliche Vase auf einem Tisch. Oh mein Gott. Okay, ja. Got it, got it. Ich verstehe, was ich da sehe. Äh. Robot Unicorn. Schieß mich tot. Ist das nicht so? Oh Gott, wie hieß denn der Scheißdruck? Ne. Ne. Unicorn. Oh, es ist ein Unicorn. The Donkey. Rainbows, Toilets and Unicorns. Das klingt so dumm. Ich nehme das einfach nur deswegen. What the frickin' hell. Es sind zwei verschiedene Spiele. South Park. A Stick of Truth. Nein, das ist nicht Stick of Truth. Are you sure? Nein, das ist nicht mehr Stick of Truth. Es könnte Fractured Butthole sein. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe es, aber ich habe es nicht gespielt. Doch ist es. Das ist nicht Stick of Truth. Männer, das ist. Ich habe es probiert. Fractured. Butthole, ne. Doch, das ist. Hä? Aber was ist. Wo ist das? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Och, sag nicht. Das ist irgendeine dumme Katze. Irgendwann am Anfang. Die keinerlei Bedeutung in dem Spiel hat. Ja, da ist es jetzt klar gewesen. Wegen den Rollen. Ja, da auch. Doch, sowieso. In Kanada. Schon in Kanada war geil. Was ist das? Intro. Intro Katzin. Von dem Spiel. Ich habe das zur Release gespielt. Wann kam das raus? Vor neun Jahren. Alter. Keine Ahnung. Wir hatten die Intro Katzin von dem Spiel vor neun Jahren. Das hatten wir jetzt ein bisschen auf die falsche Fertige. Aber was ist das denn? Das ist ein Loch. Wir gucken irgendwo runter. Wir fliegen irgendwo. Wir sind in irgendeinem Flugobjekt. Oder in einem Kram. Das ist irgendein altes Game. Das ist, ähm... ...Ivy Rain. Ja. Die Intro Katzin. Unicorn Attack. Was ist das? Da gab es so ein ganz dummes Einhorn-Spiel irgendwann mal. Ja, weiß ich nicht. Das ist irgendein Kriegsspiel schon wieder. Irgendwas mit War. So. Kamen Rider. Das ist nicht Kamen Rider. Future War Reborn. I don't know. Kann ich schon wieder... Ne, das ist nicht schön genug für Halo. Also nicht futuristisch genug. Wenn das wieder sehr futuristisch ist. Er hat einen ersten Halo. Die werden nicht so schnell... Oh, Titanfall. Titanfall könnte nicht... Titanfall could be... Ach, Spiel. Nein. Hey, Titanfall! Der Kollege hat das immer gesuchtet. Ah, Respekt. Irgendwann finde ich raus, wo Dave wohnt. Und dann zwinge ich ihn, Harry Rain zu spielen, bis er alle Enden gesehen hat. Ich werde dieses Spiel nie wieder anfassen. Bevor ich das nochmal spiele, mache ich die Disc, die da im Regal steht, kaputt. Dann kann ich es nicht mehr spielen. Ja, bei den Titans wäre es jetzt ein bisschen klarer gewesen. Oh, Lance, hüte dich. Das ist ein Wikinger-Schiff. Deswegen ist das Jotun. Jotun sieht anders aus. Ich habe keinen besseren Guess, außer als AC zu sagen. Oh, nee, das ist was ganz anderes. Hä, Wikinger-Games? Was gibt es denn noch in Wikinger-Games? AC Valhalla hatten wir schon. Nee, hatten wir nicht. Also, so ein Skritt. Valhalla. Oh Gott! Scheiße, ich kenne es. Ich kenne das. Dave, das würde ich dir nie antun, aber ich möchte wissen, dass Peggy mir weit werde zu blechen. Naja, mehr Leute, die mir das kostenlos verraten. Hast du das? Oh Gott, wie hieß das? Ich habe es natürlich wieder nicht gespielt. Jotun spricht mein Jötten aus. Halt doch dein Böppen, du Jötten. Er hat sich nicht gemeint, schade. Super Lied again. Ja, Transistor-Soundtrack. Irgendwann muss ich Transistor spielen, einfach um es euch zu zeigen. Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Ich kenne es. Ich kenne auch den Komponente. Alleine den Arzt, da kennst du es sofort. Ja, nee. Kommt nicht. Das hilft sogar weniger, als einfach nur der Arzt-Stil. Nein, äh. Gott, ich hatte damals einen Gutschein für das Spiel. Wenn es das ist, was ich wirklich meine. Shit. Nee, nee, nee. Kannst du die Bilder? Ach, Pax, gib nochmal. Was ist das? Wie heißt das? 2014, passt, ja. RPG-Strategie, ja. Mobile, maybe? Ist das Banner-Saga? Banner-Saga? Oh Gott, welches? Zwei? Zwei? Ich bin mit dem Namen unsicher. Zwei? Das ist eins. Das ist eins. Close one. Banner-Saga. Oh, das hat viel zu lange gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. plet Buffalo. Nein, ducą Tevan. I- aslında. You- hate reference.